Und mit Startnummer 09 geht Christina Wurm ins Rennen. Sie ist zwölf Jahre alt, vom Sternzeichen her Löwe und bezeichnet sich selbst als Plappermoll, also als Quasselstrippe. Ja, und so von Quasselstrippe zu Quasselstrippe hat sie mir da auch mal was erzählt. Ach, was denn? Ach so, das mit ihrem Freund, hm? Ja, aber weißt du auch, wie der heißt? Rudi. Ja, stimmt. Und Rudi ist ein ganz Süßer, aber überzeugt euch selbst. Ja! Hey, was hört man denn da über dir und über Matze? Wo bist du denn? Na, warte mal, wer ist der Nächste geworden, hm? Oh ja, dem Rudi geht's nicht gut, ich muss weggehen. Der Rudi ist ein guter Freund von mir und wenn sie ihm nicht gut geht, muss ich gleich zu ihm. Rudi! Rudi, hallo! Rudi, was ist denn? Ich bin so schnell wie möglich hergefahren. Hallo! Wo fahr du denn da? Ja, seit dem Morgen kriegst du nichts mehr. Na, Rudi, das passt ja voll zu dir. Eigentlich keit der Rudi der Christa und sie ist die Einzige, die was noch wirklich unter Kontrolle hat. Zum Glück waren meine Sorgen umsonst. Er frisst eh wieder. Ich glaube, jetzt geht's ihm wieder gut. Ja. Ja, sicher sogar. Ach, jetzt wo wir wissen, dass es Rudi gut geht, kann sich ja Christina auch sorglos ins Vergnügen stürzen. Und zwar zum Sound von Groove Coverage mit dem Song Seven Days and Fifty Years. Da gibt's jetzt die Kissenschlacht. Start Nummer 09, Christina. Die Luft ist rein, sie schlafen fest, hab gerade nachgeschaut. Meine Eltern ahnen nicht, was sich hier zusammenbraut. Im Zimmer bei uns, da fängt jetzt die Show erst richtig an. Seid ihr soweit, seid ihr bereit fürs Kinderspielprogramm? Denn um Mitternacht gibt es Kissenschlacht. Jeder lacht, wenn eins eine Landung macht. Und schon liegst du flach, ohne Gleichgewicht, mit nem Kissen im Gesicht. Es geht hin und her und auch kreuz und quer. Heute ist Hochbetrieb im Flugverkehr. Jeder Polsterball fliegt mit Überschall. Durch die Luft macht's gleich nochmal, nochmal. Federn fliegen so dicht, dass ich kaum noch etwas seh. Mein Bruder packt die Mondboots aus. Er glaubt wohl, das ist Schnee. Doch da steht Papa in der Tür und er sieht sauer drein. Schnappt wie ein Stier, was läuft denn hier? Und ich sag, Papst, komm rein. Denn um Mitternacht gibt es Kissenschlacht. Jeder lacht, wenn's kracht, weil's Freude macht. Papa fällt aufs Bett ohne Gleichgewicht, mit nem Kissen im Gesicht. Endstation, das Spiel ist aus, weil Eltern immer siegen. Müssen wir jetzt kissenlos auf der Matratze liegen. Doch da hab ich nen Geistesblitz. Es gibt ja Gott sei Dank. Kissen ganz oben in meinem Schrank. Und Polster auf der Bank. Ja, um Mitternacht gibt es Kissenschlacht. Ist der Lampenschirm zu Boden kracht. Jeder Polsterfall fliegt mit Überschall. Durch die Luft macht's gleich nochmal. Nochmal. Kristina. Oh ja. Zick's ein bisschen am Ohr. Aber jetzt geht's. Ja. Du weißt, dass mit Kissenschlachten bei dir im Zimmer, wenn du eine hättest, müssten dann deine Eltern hundertmal sagen, Kristina, jetzt räum wieder auf. Nein. Nein? Bist du so eine, die selbstständig aufräumt? Ja. Das heißt, eine Kissenschlacht wär gar nichts für dich und dein Zimmer, sonst müsstest du es ja selber aufräumen. Keiner Freundin vielleicht. Ja. Ja. Gut, das ist unsere Kristina mit K wie Kissenschlacht. Und wer sich jetzt den Namen gemerkt hat, der sollte ja nicht an der Voting-Nummer scheitern. Kristina. Vote bitte, bitte für mich und der Startnummer 09. Ja, Kristina. Elma, du bist ein Mann.